so premium konto ist da der berliner bus driver resub im dritten monat mein lieber freund vielen vielen dank für den resub schön dass du wieder mit dabei ist vielen dank für das gefecht wollen vielen dank für den support man kurs geht raus einen wunderschönen guten abend an dich ich danke dir man für den support dankeschön und der part so ein pet so nein ich hoffe ich hab's nicht aussprochen was geht ab wann ich will mal ob er bock auf japan hat wo benny moin was geht ab warum hast du keinen bock auf japaner baby das ist mein lieblings kann ich nämlich irgendwas was viel bummer welcher ist denn ausgebaut ist das nur panzer 4 panzer 3j panzer 1 st 3a panzer 4f 1 einmal die stück 3 3 jawohl welche granate ich habe die neue am besten hier nur die high mit 100 millimeter habe ich mir frei erforscht er 38 hlc 100 millimeter java die hohe ladung auf der stück kann man machen oder aber machen ich bin drin jetzt geht's auf den krieg aufgaben sehr schnell genug die hpa hat einfach zu machen auf der stück ein japaner und die stück schießt ja auch schnell genug also also stört sich wenn ich jetzt einfach erkläre weil ich dann schon reagieren hat die will gerne 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 ich bleib schon wieder irgendwo stecken was will ich wenn ich jetzt anschieße anschließen um normalerweise werde jetzt tot der gegner das ist deutsche panzer um dieses kleine dälle da obacht jungs obacht der algo kommt ja ich sehe gerade wir fahren komplett irgendwo egal ich führe ich führe als weiter okay warte und mit zeigt ihren geilen weg weiß ob du den schon kann das ja bock gibt mir zwei monate ab und ich irgendwo in der ecke sitz und heul ich das auto wo ich musste kurz nach gehen gibt mir zwei monate ich will du fährst falsch mensch wenn schon musst du hier genau ganz genau ist nicht nach dem zug partner zug führer auch über das auto drüber jawohl dieses auto zerplatzt einfach nur aus respekt hier guck hier diese straße die meine ich versuchen wir über ein käfer drüber zu fahren ein paar zwei monate ob die war bei der fährstung er ist irgendwas hinter uns hinter uns ja wir fahren weiter an ihr links bis in die deckung er will nur zu unserer base wir wollen zu deren basis ach hier kommen auch links ein genau ich habe schon fast die abkürzung verpasst europa der driver max was geht ab seros mate erst immer mit b rum mit dem beinocleus guck mich so also du meinst wir sollen aktiv direkt in den spawn was wäre denn deine taktische variante da ich die karte hast du genau dasselbe müssen hier kann man da oder es wird eng wahrscheinlich ja ich bin leider zu fett oder ja gut zu wissen das hat mir genau gar nichts gemacht aber jetzt machen wir jetzt klank hier manöver kann ich auf der karte pingen geht das nicht doch mit steuerung und dann auf die karte klicken oder m und dann ja lass uns hier so rüber ach ja geht ja nicht jetzt bei ming wird mir angezeigt ja oh ich krieg beschuss das ist glaube ich artillerie ja ist arti geht eigentlich noch die beinocleus zu nehmen wenn ich wenn der kommandant kaputt ist da voraus ich gerade hinziehen wir sind jetzt im feindgebiet ist ein bisschen vorsicht noch keine einzigen panzer gesehen haben habe schon einen gesehen und rechts ist einer das ist einer ich bin blind ach da oh fuck warte mal ja bist du dann treffer ziel zerstört baby äh da fahren noch zwei äh voll der genick schaffe treffer maa ich prall natürlich überall ab leute treffer ja sicher ich snipe den da hinten alter treffer jo blacky ist oh ziel zerstört heide baby let's go 1 a 1 1 1 in chip blacky gönnt den fucking 18 monat auf tier 3 bruder ich danke dir vielen dank man für den erneuten resub auf tier 3 blacky mein bester kurs und kurs geht raus ich danke dir man schön dass wieder hinter mir ziel voraus hinter mir oder hinter mir bruder ich muss rappen muss 37 sekunden holen dir bruder becky kurs geht raus viel mit dem arsch haltet durch 30 sekunden aber man nimmt mich hin kann ich helfen das endet glaube ich nicht gut Das endet nicht gut, das stimmt. Au. Der ist abgeprallt und hat mich getötet. Das ist dein Ernst. Wow. Kommt der überhaupt durch? Ja, der kommt Step by Step durch, gell? Ja. Oh, der lädt noch aus. Der ist abgeprallt und hat mich erwischt. Er kommt. Oh, doch, jetzt hat er mich. Nein, ich bin mir aufpassen. War mein Fehler. Okay, was nehme ich jetzt? Zwei für Stück habe ich schon. Schotti? Panzerjäger 1 kannst du mal nehmen. Dann hast du wenig mehr V0. Musst dich so hoch anhalten. Panzergranate 40 nehme ich nur mit, oder? Machst du, nee, nee. Nimmst 10 Schuss, Panzerrate 40 mit. Und 20 Schuss, Panzerrate 36. 20, 20, ja? Ja. Jo, Greilo, Digga. Vielen, vielen Dank für deinen Host. Einen wunderschönen Herzlich willkommen an die Greilo Army, Digga. Einen wunderschönen guten Abend an euch Eile. Andi Schnabeltiere, ich grüße euch. Schön, dass ihr am Start seid. Einen wunderschönen. Grüße euch alle. Moin, moin. Vielen Dank, Greilo, für deinen Host. Und du sollst dich endlich mal bei mir melden. Hashtag abgehoben. Hashtag Influencer. Keine Zeit. Man kennt ihn. Also einen wunderschönen guten Abend an alle. TDS Silence. Servus, grüße dich. Oh, da sind die Leute. Oh, mein Gott. Woraus, direkt. Ja, B. Weiter geht's. Ja, Siggi, Alter. Er räumtiert einfach alles weg, man. Ich bin nicht Platz 1, das ist mein Ziel. Jo, Greilo. Digga, was geht ab, Brudi? Moin, moin. Hi, Greilo. Oh, Ziel voraus, direkt hinter dem Kran-Ding. Oh, Baby, warte, der nur nicht mehr? Kann ich durch das Kran-Ding durchschießen? Ja, weiß ich nicht. Ja, zieht es erstellt, weiter. Oh, rechts vorne, ist ein Gegnerfahrzeug gewesen, unter der Brücke, rechts vorne. Ach, fahr doch, warum bleibe ich jetzt wieder mit dem Auto hängen? Oh, kritischer Treffer, Baby, gönn mir, gönn mir, Heide. Ziel zerstört, Erol. Oh, da ist sowas weiter rechts. Oh, ja, danke, sehe ich. Fuck. Ich hab das Ding hier gesehen. Ich hab nur kritischen Treffer gemacht. Leider nur seinen vorderen Fahrrad zerstört, das war blöd. Oh, das waren, waren das denn? Ne Sau, 40. Nämlich jetzt? Panzer 3J oder Panzer 4J? Panzer 4J, oder? Nein, Panzer 4, genau. Was hast du dafür Granaten? Nimmst du auch. Kannst du mal, äh, die K-Granate-Groß-Panzer noch fünf Stück mit reinhauen und den Rest machst du mit der... Warst fünf Stück da, bei der? Was? Warst fünf Stück, ja. Warum? Warst fünf Stück? Falls dir mal jemanden seitlich erwischt, dann könntest du damit gut draufschalten. Und da unten die Granate rechts, äh, die HLC. Oh, wir haben schon verloren, was? Oh, ich wohne da. Stell vorbeidu. Alles klar, wir hören uns, Greile. Bis dahin. Alles gut, ich melde dich heute oder morgen. Easy, Greile. Freue ich mich drauf. Ach, der hat so eine schöne Runde gehabt. Eigener Platz in Team 1. Ja, moin. Platz 8. Nichts mehr. Es gehtением. Auf Wiedersehen. Pocket Lungs 2. .